Und Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Letzte Woche haben wir begonnen, unseren unterirdischen Weg zu bauen und ja, muss ich mir aber noch ein bisschen Wasser holen gerade, dafür werde ich mir jetzt einfach mal gerade. Dann muss ich ein bisschen ändern gehabt, später aber, dazu später mehr. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal mich hier drum kümmern, muss ich erstmal eine Falltür noch bauen. Dafür haben wir uns ja jetzt letztes Mal noch ein bisschen Holz geholt. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Falltür. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falltür. So. Wunderbar. Autsch. Das hat weh getan. So. Können wir über das Pinne schämieren jetzt, ah ja. So. 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 Dann haben wir hier nämlich so einen schnellen Abgang. So. 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 Jetzt kommt die große, äh, tja, Stunde der Wahrheit, denn wir wollen unseren kleinen Abgangsding mal probieren. So. Unseren Abgangsweg, so. So. Dann haben wir die Klappe aufmachen. So. So. Puh. sterben sind die ganze weg okay so kann man ganz schnell runterkommen aber erst mal ausrüsten mit fackeln und die menge spitzhacken denn das werden wir auf jeden fall brauchen also zu kommen hier nämlich nicht gerade sehr weit die falsche habe ich jetzt nur gemacht damit ich nicht außerdem das falsche loch einspringen hier lacht aber ist alles schon da gewesen so gucken weg 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 eisen weg 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 achse man nicht schaufeln lassen wir mal eine mit das noch kohle finden für der wx weg 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 schmerz genug so dann werden wir jetzt mal ein paar spitzhacken machen auf jeden fall ein schwert mitholen so ein speck spitzhacke so das dürfte erst auf jeden fall reichen weg weg und die stein spitzhacken hier noch verwenden wird erst unser haupt schacht werden wo wir dann jeweils noch hier so kleine seiten gänge und so machen werden so tun wir erst mal also nach hinten noch die scheiße eine pickaxe weg 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 zu hauen sollen auf jeden fall jede menge pflaster steine weiß ich jetzt schon das hat der gewisse nachteil am stück mein jede menge pflaster steine muss aber einmal diesen machen jetzt vielleicht vielleicht auch noch mal brauchen wer weiß wofür ich manchmal noch die kriege eigentlich aber nicht so viel und ich höre lava das eigentlich nicht so schön ich habe überhaupt gern bock drauf immer erst mal schön weit weg machen aber da haben wir schon eine höhle erst mal die blauen pläten weg machen so weit wie ich gehen will so und das hat eisen weg so was haben wir jetzt hier oben kohl braucht das moment nicht nix da ok und eisen werden wir uns auf jeden fall noch mit holen hier das eisen ist immer jord so dass wir können hier ruhig weiter gehen mit dann auch frühe fährt genau das heißt wir werden jetzt hier einfach schön brav schließen natürlich müssen wir es holen noch ein bisschen stein sammeln so stein ex weg spitzhacke weg so wunderbar geplantet und weiter geht laba ist immer schon mal so gutes zeichen für diamanten da sind wir so in der nähe genauso wie das sind die netherfestungen da sind auch meist immer in der nähe von so lavasee und was habe ich schon das gefühlt dass wir wieder irgendwie im nether sterben werden vor allen dingen darf ich nicht so kirich sein das ist eigentlich mit den ganzen ah da haben wir schon die ersten diamanten das war gut und nicht wenige wie es mir scheint und ob hier nicht irgendwo lava ist und eine große alde erwischt so redstone und die algebezacke mitnehmen so okay eins zwei drei vier fünf sechs diamanten immerhin so ich würde mich überlegen sechs diamanten für eine spitzhacke die brauche für absidieren aber wir werden erstmal noch ein bisschen weiter fahren vielleicht kommen wir noch mal an diamanten dran ich würde mich auch gerne zwei diamanten brauche ich ja noch für um ähm einen zaubertisch zu machen da ich will meine sachen auch verzaubern unter anderem die äh diamantische zackle wird auf jeden fall verzaubern wollen so so ich muss mal noch leder besäumen für die scheiße von scheiß kühen ne oh wei oh wei oh wei oh wei oh wei oh wei so redstone ist eigentlich finde ich immer am meisten habe ich auch gefühlt so ziemlich ach warte hätte es halt noch mal richtig drauf machen ach 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 ich wäre natürlich froh wenn wir jetzt äh auf der eisenspitze auf der metan der manchmal tatsächlich auch direkt glück drauf bekämen könnte man da natürlich auch schon auf diamanten äh jagd gehen so so hier haben wir noch oh ne jetzt hast du die oh hast du die fackel abgebaut so wunderbar sagt die zahl die zeit sagt zwölf auch haben wir noch ein bisschen zeit jetzt so geht weiter ich sehe aber immer noch nichts von diamanten her ich denke wir sind auch jetzt weit genug dann dass wir gehen jetzt wieder zurück zum eingang und werden uns dann dran begeben die seitengänge zu bauen zum pudel ich denke mal ich werde noch soweit machen bis das die äh bis das die jetzt erledigt ist ich habe manchmal immer das gefühl immer angst hat wenn ich einen meter weiter geburtet werde ich noch mal auf diamanten gestoßen oder so so ist mein gedanke das brauch ich auf jeden fall noch ich brauche ein buch zwei diamanten eins zwei vier obsidian für einen zaubertisch so dann muss ich aber auch erstmal Kühe finden so 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 ein weg ok ok au und weiter geht's dann gehen wir jetzt erstmal zurück an die oberfläche werden und ja ja eine diamantschmitsacke machen und wir uns dann erstmal nochmal ein paar Kübel erstmal ein paar Kübel säulen denn äh wir würden ja auch äh Leder haben sonst können wir unsere Sachen nicht verzaubern und das würde ich auf jeden fall noch machen weiter geht's oh wir haben natürlich jetzt Nacht das ist natürlich sehr schön äh äh eins zwei drei so eins zwei eins zwei drei ich muss nicht ich muss nicht ich muss nicht ich muss natürlich jetzt erstmal noch was Licht sonst wächst die ganze Kelle nämlich nicht natürlich LÖT so oh nein 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 genau böse zombie äh böse skeletttyp so jetzt haben wir auf jeden Fall eine Speermanschmitsacke erstmal etwas so zack warte mal das Eisen noch schmelzen da sind die Öfen da sind die Öfen haha so das machen wir jetzt mal gucken was haben wir noch zusammen hier für das 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 noch ein bisschen saun habe ich noch zwei holz ja wunderbar ich muss ja auch nur eine türe machen sonst kommen ja die kommen ja die Kühe wieder raus das will ich nicht so so erstmal wieder 30 Sauntore so die Kühe werde ich glaube ich direkt daneben machen auch so so tu ich so 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 oho Zombie größer zombie weg rusch ich bin da 3 ok muss für die Küche natürlich noch ein bisschen noch ein bisschen gerade machen so müssen wir jetzt erst mal die Erde holen müssen wir auch mehr als genug haben eigentlich ja da schaut man da an erde haben so so die Küche wollen ja auch ordentlich ordentliches Gelände haben so 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 dann werden wir uns in der nächsten Folge nicht mehr aufmachen Kühe zu suchen und würde sagen wenn es euch gefallen hat startet uns das nächste Mal wieder ein zu Let's Play Minecraft Bis dahin Ciao Ciao